Und damit wieder willkommen, willkommen zurück, zurück bei Far Cry und dem Herrn Lück. Ab geht der Peter. Scheißstelle im Kontrollzentrum. Wow. Jibbi, jibbi. Okay. Die erste Hürde haben wir schon mal genommen. Ihr Lieben. So, und jetzt? Jetzt kommt nämlich das, was kommen muss. Und zwar der Hass schlechthin. Weil hab ich das hasse schon. Was hab ich jetzt für ne Waffe genommen? Ich hab immer noch meine Waffe. Ja. Warte mal, das war runter und links. Komm. Und schön wär's ja, wenn wir einfach abwarten könnten. Willst du noch mehr? Wir nehmen Luft und gehen runter. Wir nehmen Luft und gehen runter. Runter, runter. Weil irgendwie gefällt mir das nicht. Oh. Wer schießt schon, die Blöde? Okay. Wir bleiben mal hier. Ach so, meine Luft geht runter, ne? Die Frage ist, wie viele Typen sind das? Weil ich weiß, die können nicht schwimmen. Ah, da ist er. Und runter. Runter. Ah, scheiße. Ich hab keine Luft geholt, ne? Die warten auf mich. Oh, nein! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ihr könnt nämlich nicht schwimmen. Ihr könnt nicht schwimmen. Äh. Dachte ich. Dachte ich. Aber die können ja schwimmen. Oh Gott. Scheiße. Ich dachte, das ist ein Trick. Schnell hoch. Ey, wo geht's denn da hin? Ich könnte auch hoch. Aha. Aha. Es gibt also mehrere Wege. Wo ist denn der Typ jetzt? Von da hinten kommt nix, oder? Ne. Jetzt wird's ja spannend. Hier kann man also auch lang. Ah, sehr gut. Vogel. Na, Hauptsache, der kommt nicht hoch. Das ist ja interessant. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele das sind noch. Wo sind der Dickbutts? Da ist er. Äh, zu weit. Die anderen habe ich schon flach gemacht, ne? Guck mal, da ist er. So macht man das also. Indem man einfach sagt, lad nach. Denk nach. Oh, ist jemand ins Wasser gefallen? Was ist denn der Typ? Was ist denn der Typ? Ich seh' den nicht. Hahaha. Die habe ich schön reingelegt. Jetzt brauche ich bloß noch den Typen. Okay. Das war nix, ne? Das war nix. Oh, der dicke Brocken ist doch immer noch da. Wo war denn denn sein Helfer? Das bin ich als Geräusch. Der wird doch nicht... Ne, da kann ich da durchkommen. Der dicke ist weg. Also ich springe doch jetzt nicht da runter. Ach, da ist einer. Shit. Was ist denn dieser Fettsack? Okay. So. Jetzt können wir uns Fettsack vornehmen. Fetty, wo bist du? Wo ist denn der? Oh Mann. Hab ich den erwischt? Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ne. Wo ist denn der Typ hin? Wo ist denn der Typ hin? Hey, du Granatenvogel. Wo bist denn du? Hallo. Er scheint weg zu sein. Ist der vielleicht irgendwo hingegangen? Wo ist denn der Typ hin? Wo ist denn der Typ hin? Hingegang? Wo ist denn der Typ hin? Das kommt mir jetzt aber ein bisschen spanisch vor. Ich glaube, ich muss durch diese Tür dort, oder? Das war der letzte. Hier geht es nicht lang. Richtig? Okay. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, Männchenskinder. Ich bin völlig überrascht von meiner eigenen Genialität. Das ist aber bestimmt gleich wieder relativieren wird. Stimmt, glaube ich. Wie ist das eine Tür? Die sich jetzt öffnet. Aber wo ist denn der Obo-Mods? Ein und doch. Ah, geil! Ich glaube, der Typ ist einfach weg. Oh, ich bin so stolz auf mich. Yes, Baby. I love you. Ja, das ist typisch. Genau davon rede ich. Seht euch mal das Bild an. Seht ihr, was ich meine? Es ist fleischig, saftig und sieben Zentimeter dick. Und nun? Seht euch dieses traurige, jammervolle, zerquetschte Ding an. Kann mir jemand sagen, was an dem Bild nicht stimmt? Selber hier. Dreimal auf die Schulter geklopft. Ist das geil. Aber wir sind immer noch im Dunkel. Ich gehe in einem Kampfgebiet. Das liegt vermutlich daran, dass das ein Kampfgebiet ist. Wir kommen auf einem Kommunikationskanal die gleichen Daten. Wäre zu schön gewesen, wenn ich mich geirrt hätte. Aha. Okay. Kommt du auch mal her? Okay. Ich lade mal nach. Ich sehe nichts. Ah, hier geht es auch long. Das ist ja auch schön. Gott, nee. Scheiße. Ich mache mal meine Lampe an, oder? Sehe ich besser. Ach, guck mal. Hier haben sie noch schnell. Oh, oh. Okay. Come on. Also ich spiele jetzt auf Hardcore. Hier habe ich das schon gesagt. Stimmt, ne? So, wenn ich jetzt noch Rüstung finde hier. Natürlich nicht, weil hier keine Rüstung liegt. Verdammte Axt. Hast du noch irgendwas für mich? Ich schreibe mit dir. So, das waren jetzt vier, oder? Da ist noch... Die Information erlass nichts Gutes her. Wisst du? Jetzt bin ich voll. Jetzt versuchen Sie es im Süden bei den Hauptarchiven. Dort finden Sie vermutlich auch Val. Suchen Sie sich ein Fahrzeug. Soweit ich es beurteilen kann, wimmelt es auf der Straße nur so von Dreh gehen. Es ist zu gefährlich, zum Fuß zu gehen. Also ein Fahrzeug. Okay. Da stehst du also. Stehen bleiben! Ach du Scheiße. Du willst noch mehr? Ich hab noch mehr! Andere Waffe. Ich bin auf jeden Fall schon mal gesichtet worden. Achso, meine Lampe könnte ich nicht jetzt ausmachen, oder? Das ist nämlich nicht so ein gutes Ziel. Wer? Oh Gott. Oh! 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 Weg hier! Was war das jetzt irgendwie für eine Waffe? Da ist ein Jeep! Da muss ich hin! Okay, hab's kapiert. Hab's kapiert! Ich beeil mich ja schon... Oh, Scheiße! Schießen wir auf mich? Die Rüstung ist im Arsch, oder? Komm rein hier! Rein! Achso, verwenden! Häääää! Schnell weg! Den nehmen wir so mit. Und, wo muss ich lang? Scheiße, falsche Richtung. Ach, gespeichert! Okay, alles klar. Hier ist niemand. Au! Sieht ganz gut aus. Okay. Ah, da bin ich richtig. Schön vorsichtig fahren. Oh, meine Lüge. Achtung! Fahrzeug. Ich hab dich gewarnt. Ich hoffe, das Vieh ist platt. Oh, Big Boats! Oh, was ist jetzt? Ah, ja, ja. Okay. Ich bin zumindestens mal auf der Straße. Oh. Okay. Äh, äh, äh. Zu viel Big Bossies. Boah, wie viel hält denn der aus? Oh, da ist noch einer. Äh, schnell! Äh! Das war klar. Schiße. Oh. Aber. Das Gute ist, ja. Wir sind ja schon unter... Oh. Gehen sie weg hier. Ja, klar. Schieß mich noch. Blödmann. So, Gas geben. Komm. Hier ist niemand. Okay, ich nehm mal den anderen. Besser die Waffe, oder? So. Hier, der ist noch ganz. Auf geht's. Wir müssen nur an dem einen vorbei. Eine da. Wir könnten natürlich auch schwimmen. Weil, ich habe ja gelesen, er könnte nicht schwimmen. Den nehmen wir so mit. Das ist kein Ding. So, und dann kommt der Dicke hier. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Achtung, Achtung. Daneben. Oh Gott, der Nächste. Jawohl. Das war schon mal gut. Hoppala. Ah. So. Und jetzt muss ich hier runter, oder was? Ah. Ich hoffe, die verfolgen mich nicht. Oh Gott, man sieht nichts. Wer muss ich denn lang? Falsche Richtung. Okay. Was hat der Typ gesagt? Leute, sie der Straße Richtung erschief. Da ist der. Da müssen wir uns erst wenigstens noch beschießen, oder? So, wir fahren hier einfach weiter. Wir lassen die... Ah, da ist das. Okay, weiter geht's. Schnell. Wir können nicht jeden hier, äh, genug tun. Wingen, indem wir ihn killen. Was immer wir müssen. Oh. Shit. Das ist auch gar nicht meine Richtung, merke ich gerade. Leck mich. Oh. Was ist denn hier los? Was ist denn mit der Waffe los? Ach, scheiße. Was ist denn hier? Warum stockt denn das so beschissen, ey? So, jetzt nochmal. Okay. Ach, ihr hat's gespeichert, oder was? Das ist so ein Speicherpunkt. Aha. Nein, nicht runter. Nö. Nö. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nimm ein scheiß Auto. Man hängt jetzt einfach fest. Ich könnte einfach weiterfahren. Das klingt mir aber nichts. Ich muss... Ich muss die killen. Ich muss die killen. Einfach. Dreh aber nicht. So läuft das nicht. Oder ich muss ganz schnell... ganz schnell aussteigen. Oh, nein. Oh, nein. Das sah gar nicht so schlecht aus. Aber da hätte ich wieder ins Auto steigen sollen, oder was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach. Ich kann nicht auf mein eigenes Auto schießen. Das ist das Problem. So, jetzt will ich es aber lösen. Komm. Gib mir... Gib mir die key. Gib mir die key. Ach. Arschläge. Nächstes Mal.